Musik Good Morning Vietnam! Ähm, falscher Film? Falsches Unboxing? Lüfter wollte ich nicht unboxen, nein. Heute war die Post endlich mal wieder da. Also seit langer Zeit. Und sie hat mir einen Umschlag gebracht. Einen Umschlag, tadaa! So, und in diesem Umschlag befindet sich das, was ich bei Hamil Kabakas alias Michael gewonnen habe. Also als vierten Platz gab es da Pinsel, wo ich das weiß. Weil da steht seine Adresse drauf. Und fühlt sich auch so an, als wäre da was Längliches drin. Und da ich keinen Vibrator bestellt habe oder irgendwas, konnten das nur die Pinsel sein. Ich habe eben trotzdem schon mal aufgerissen, weil ich das Video nochmal machen musste. Weil wenn das Telefon klingelt, ist das sehr ungünstig. So, die Pinsel. Ich habe sie mir zwar noch nicht angeguckt, aber aufgemacht habe ich schon. Ja, da sind die Pinsel. Es sind, wie nachgezählt, neun Stück. Das ist echt klasse. Die Pinsel wurden für die Verlosung bereitgestellt von der Sockelshop.de. Auch ein Shop, wo ich das häufigeren mal ein paar Sachen einkaufe. Farben und so. Es kommt immer drauf an, wer die besseren Preise hat. So, bei den Pinseln. Jetzt muss ich erstmal kurz gucken. Da sehe ich, ich sortiere die mal kurz, weil ich sehe, dass die doppelt sind. Das sind nicht neun verschiedene. Nein, es sind, ja, so sieht es nämlich aus. Es sind zehn, zehn, fünf, zwei. Es sind zehn Strich Null, fünf Strich Null und zwei Strich Null. Jeweils drei Stück. Oh Gott, oh Gott. Das ist ja winzigst klein. Da kann ich ja sogar die, kann man das sehen, so am Fingernagel? Ne, kann man nicht sehen. Da kriege ich ja sogar die, äh, die Blutadern auf 1 zu 35 Modellaugen gepinselt. Das ist natürlich krass. Also die nächste Größe, naja, eigentlich kaum ein Unterschied, ne. Das ist also Wahnsinn. Also kleine Pinsel habe ich nur einen einzigen, glaube ich doch. Mal gucken, wie klein mein, mein kleinster, den ich zur Zeit habe. Ähm, ist der, der 3er Null von Italieri. Das ist tatsächlich der kleinste, den ich im Moment zur Verfügung habe. Der, ich weiß nicht, auf jeden Fall ist der auch winzig und auch ein klasse Pinsel für, für das Bemalen, für Augen, so. Aber die sind natürlich noch krasser. Ja, ich habe mich nie so reingetraut, so kleine zu kaufen. So, also danke Michi, ähm, für diese geilen Pinsel. Hat mich echt gefreut, zumal ich auch mal was gewonnen habe. Und, ähm, ich werde mir auch weiterhin natürlich die tollen Videos anschauen, die du produzierst. Ich hoffe, dass du bei mir vielleicht auch mal reinschaust. Kannst auch mal gerne einen Kommentar da lassen, freue ich mich auch drüber. Und, ja. Ich sehe dich, du siehst mich. Wir sehen uns im nächsten Unboxing, beziehungsweise Bauvideo. Also, ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Euer Vagant.